Tatsächlich. Liebe Sam, auch im echten Leben in Lowe. Hat seine Liebe gefunden. Vor 14 Jahren wurde der Schauspieler mit der Rolle des Sams in Tatsächlich. Liebe über Nacht zum Star. Der damals 13-Jährige spielte in dem Film den Stiefsohn von Liam Neeson, 65, der sich Hals über Kopf in eine junge Austauschschülerin verliebte. Doch bei Thomas hat es im echten Leben schon vor knapp vier Jahren richtig geknistert. Wie die BILD berichtet, ist der mittlerweile 27-Jährige seit 2013 mit Isabella Melling liiert. Erst im letzten Jahr zeigte sich das Kupple auf dem roten Teppich. Paarauftritte sind bei den beiden aber eher eine Seltenheit und seit dem letzten Auftritt habe man sie auch nicht mehr zusammengesehen. Daher spekulierten schon ihre Fans, ob sie überhaupt noch zusammen seien. Das Paar jedoch hält sich diesbezüglich zurück und äußerte sich bisher nicht zu den Spekulationen. Womöglich möchte Thomas seine Liebe auch nur schützen. Erst in diesem Jahr flimmerte das tatsächlich. Liebe Sekiel über die Fernsehbildschirme. Auch sonst läuft es karriere-technisch für den Blondschopf weiterhin rund. So spielte er in der Nazaruna-Trilogie mit und mischte in zehn Episoden den Game of Thrones-Cast auf. Das aircraft cache über die Fernsehbildschirme mit. Oder zum Beispiel. Untertitelung.